Das ist unsere tolle Milliarden-Dollar-Idee? Hunde? Nein. Unser Team antizipiert ähnliche Resultate in Menschenversuchen. Joy ist mehr als ein simpler Endorphin-Trigger. Nun können wir Aufmerksamkeit kontrollieren. Verhalten dank einer Serie von Triggern. Wenden Sie dieses Verhaltensmuster auf einer Website oder einer App an. Ein Joy-User würde niemals wegsehen können. Also wir kontrollieren den Verstand? Ach, natürlich nicht, Janet. Aber hey, wer hat nicht schon mal eine Xanax geschluckt und was Verrücktes getan? Richtig, Alan? Dank Joy wird Umbrella die mächtigste Firma der Welt. Google, Zuckerberg, die liefern Aufmerksamkeit. Umbrella liefert den Verstand. Hier geht es nicht um Milliarden-Dollar. Billionen davon ist die Rede. Aberkern. 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017